Hallo Videospielfreunde und Videospielfreundinnen! Ihr kennt das ja! Ihr sammelt alte Videospiele und bewahrt sie vielleicht so oft wie ich in so einer Box irgendwo bei euch am Dachboden und nehmt die relativ selten raus und ich hole die ganzen Dinge jetzt wieder mal vom Dachboden und schau sie mir mit euch zusammen durch und das ist hier schon Kiste Nummer 4 wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe und wenn ihr keine von diesen Kistenöffnungen versäumen wollt dann könnt ihr da unten abonnieren und wenn ihr welche verpasst habt dann schaut mal bei mir im Kanal vorbei und schaut euch vielleicht noch die restlichen Kisten an diesmal wird es sehr Atari-lastig und bei den letzten Male war es da eher Nintendo und Sega-lastig mal schauen was in dieser Wunderkiste drinnen ist und diese Wunderkiste ist so voll gewesen ich habe hier ein bisschen Zeug daneben packen müssen sonst hätte ich das nicht halbwegs geräuschlos hier auspacken können aber genug gequatscht lasst uns loslegen lasst uns schauen was in dieser wunderbaren Lootbox dieser Retro-Lootbox drinnen ist und wir fangen an mit Hardware wir fangen an mit Hardware wir fangen gleich mal an mit dem Atari VCS 2600 ein wunderbares Stück Videospielgeschichte in relativ gutem Zustand muss man sagen schaut eigentlich ganz fein mal so ein bisschen Staub hat das Ding angesetzt über die Jahre sollte man vielleicht mal ein bisschen reinigen und hier die Anschlüsse alles noch pipi fein und was haben wir hier auf dem hinteren also hinten drauf sehen wir sogar noch die steht drauf PAL-Version na bitte ich habe ja Atari VCS 2600 nie gespielt also nie richtig aktiv ich habe mir einen geschenkt bekommen das war aber nicht mehr meine erste Konsole ich habe das Ding mal geschenkt bekommen nachdem ich den NES hatte und wenn man mal so ein NES hat dann ist der Atari VCS 2600 nur noch so mittel interessant habe aber trotzdem ein bisschen damit gespielt aber dann relativ bald her geschenkt an einen Kumpel das heißt das Zeug was wir hier sehen habe ich alles vor vielen vielen Jahren mal am Flohmarkt geholt für ganz kleines Geld also die ich habe quasi am Flohmarkt geschenkt bekommen also ich habe so viel eine Box mit Atari Games gezahlt ich glaube zwei Euro das total absurder Preis und da muss man natürlich zuschlagen Atari für ein paar Euro nimmt man halt mit egal ob man den Platz zu Hause hat oder nicht ja machen wir machen wir vielleicht weiter mit Hardware noch bevor wir dann zu den Games kommen und Games habe ich auch jede Menge muss ich sagen wir haben hier mal einen Joystick einen alten und der schaut nicht mehr so richtig aus und aus der löst sich hier schaut mal her der löst sich hier man hört auch hier wahrscheinlich der löst sich hier schon auf ein bisschen müsste man mal vielleicht checken ob der überhaupt noch funktioniert aber das klicken arm fühlt sich super hatte das da spürt man das in die Jahre gekommene Plastik richtig so nächste Joystick jede Menge Joysticks hier zur Auswahl nächste Joystick das ist doch auch als wäre es aus einer komplett anderen Zeit naja ist es ja eigentlich auch ein Atari Joystick und ich finde faszinierend bei den Teilen dass der Weg von dem Ding so gering ist dass ich mal das an das bewegt sich eigentlich kaum Joysticks heutzutage da kann man ja richtig rumknüppeln aber damals war das nicht so gedacht und da die Buttons links und rechts auch zum drücken und das konnte man hier drehen ich muss gestehen ich weiß nicht ob das drehen eine Funktion hatte da muss ich leider passen aber vielleicht weiß das einer von euch dann darf er mich da gerne in den Kommentaren belehren ich bin kein Atari Experte das sage ich gleich mal vorweg ich finde die dinge einfach nur schön zum anschauen und wollte die damals sammeln wollte mittlerweile sammeln ich sie nicht mehr und bin am überlegen ob ich hier meine Atari Sammlung nicht vielleicht auflöse weil ich habe da nicht so viel Bezug dazu wie zu anderen Games sowie sowie so in NES Games und Nintendo Games da habe ich deutlich mehr Nostalgie Gefühle da ich da als Kind doch deutlich mehr Zeit verwendet habe drauf aber ich bin mir sicher irgendjemand wird sich vielleicht über meine Sammlung hier freuen falls ich sie denn mal verkaufe hier der nächste Joystick und hier der hat so arcade Buttons hört euch das mal an er klappt man ist direkt in der Spielhalle wunderbar und auch hier der Weg vom Knüppel ganz ganz gering herrlich und es hört sich auch richtig gut an dann merkt man richtig die Mechanik die dahinter steckt wunderbar sehr schön eigentlich rot schwarzes Design hinten steht aber nichts drauf kein Logo gar nichts ok gehen wir weiter zum nächsten wir haben noch ein paar Joysticks bevor wir zu den Games kommen da haben wir noch mal so einen hier da hatten wir ja schon noch mal so einen aber der ist nicht ganz so guten Zustand leider hier und auch hier dass das Kabel wie ihr seht ja 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 da müsste man sich auch mal wieder darum kümmern ich glaube das sieht so aus als hätte da ein Meerschwännchen dran geknabbert aber ich sage euch es sind nicht die da hinten das wir sind Meerschwännchen aus einer vergangenen Zeit wohl gewesen so was haben wir hier noch ja das ist ja auch ein cooles Ding das ist ja auch das coole Teil hier ein Racing Wheel so ist man früher Autorennen gefahren hat man hier so wunderbar Taste zum drücken und hier zum steuern das fühlt sich fühlt sich eigentlich ganz gut an warum macht man heute sowas eigentlich nicht könnte man heute auch noch so Arcade Racing Joysticks machen oder ich glaube das könnte man könnte ich mir gut vorstellen Mario Kart so zu spielen naja naja ich weiß nicht vielleicht vielleicht hat sich da in der Controller Technologie doch einiges getan und es gibt Gründe warum so etwas nicht mehr gebaut wird so was haben wir denn hier noch hier haben der schaut ja richtig original aus ich glaube das ist der letzte Joystick hier ja der schaut ja mal richtig original er schaut euch den mal an das ist der an dem man eigentlich denkt wenn man an eine Atari Spielekonsole denkt oder richtig hübsch das Teil also optimal eigentlich einfach nur um sich irgendwo in die Vitrine zu stellen und zu sagen yeah alte Videospiele cool Junge und ja hinten auch nichts draufgeschrieben wir hatten das damals nicht gemacht dass man auf die Geräte hinten irgendwelche welches Zeug draufgeschrieben hat kommen wir zu den Games und wie gesagt ich bin kein Atari Experte mir gefallen die Dinge einfach nur und wenn ihr da irgendwas dazu zu sagen habt zu den Games hier die ich jetzt euch gleich vorstelle dann schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare ich informiere mich da gerne was ihr dazu zu sagen habt und auch wenn ich mal irgendwas falsches behauptet ihr dürft mich gerne ausbessern ich bin euch da nicht böse ja hier eine extrem unscheinbare Kassette also richtig unscheinbares Modul was steht hier drauf Human Cannonball hat man sich da echt nichts besseres einfangen lassen vom Design her Schrift Ende naja nicht ganz so spektakulär sagen wir mal so ich kann das mal hier zur Seite und wir machen gleich mit dem nächsten nicht alle Kartrische sind so langweilig ich habe da ich habe da auch deutlich hübschere so wie das hier zum Beispiel Magic Puzzle wie Magic das wohl war schaut ja am Cover ja so richtig 3D aus und wir alle wissen auf dem Atari da war nichts da war nichts mit 3D 0 3D aber das Ding schaut ganz cool aus auch einmal ein Blick rein werfen ganz guter Zustand hier nochmal Magic Puzzle gut weiter geht's ja jede Menge Games hier gut das ist eins der wenigen die ich damals auch gespielt habe hier Formel 1 ich würde mal sagen das war mein Lieblings Game damals für den Atari Atari 2600 was steht hier Polposition yeah richtig guter Name für ein Formel 1 Game oder Polposition auch hier wieder aufgeschrieben und auf der Rückseite die hat man einfach freigelassen da hat man nichts drauf gemacht irgendwas freilassen ohne Werbung drauf zu machen auf die Idee kommt heutzutage niemand mehr einfach ein Stück freilassen nichts draufschreiben Nächstes Game was haben wir hier Planet Patrol wow mit Glitzer Cover und hier haben wir auch Planet Patrol wow und da sieht man hier schon mit welchen Joysticks man es spielen sollte das ist hier auch abgebildet und wo ich doch gerade gesagt habe dass auf der Rückseite nie was draufsteht hier steht hier steht was drauf hier ist es sogar so ein bisschen gerippt und noch hier eingraviert hier also eingraviert reingepresst ins Plastik interessant könnte man fast glauben ist ein QR Code von von der Struktur her ja das ist ein bisschen ein bisschen ein anderes Modul bisschen hochwertiger ein oder zwei Spieler steht auch noch drauf cool 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 also das Modul schaut richtig nice aus machen weiter ja da kommt jetzt eine Spiele Flut auf uns zu Atari 2632 in eins ja da gibt es richtig viele Spiele in einem Modul ich habe so die Erfahrung gemacht mehrere Spiele auf einem Modul ist immer Schrott ich weiß nicht ob das hier auch so war ich kann mich nicht mehr erinnern ob ich das überhaupt jemals gespielt habe das trifft leider hier auf viele Games zu Video Game Cartridge welche Spiele sind steht nicht drauf hätte man ja auch auf die Rückseite drauf schreiben können nope da steht nichts drauf jede Menge Spiele Leute zoggen mehr steht da nicht drauf womit machen wir weiter machen wir mal mit so einem defekten Modul dazu weiter da hat jemand gemeint er muss das Cover runterreißen und was draufschreiben TC Special keinen Plan was das soll ursprünglich das Spiel was drauf war hier steht Ground Zero ah ja war wahrscheinlich ein besonderes besonderes Spiel weil es so schlecht behandelt wurde wir machen weiter mit dem nächsten Spiel müssen wir ein bisschen Gas machen sonst wäre ich heute hier nie fertig was haben wir denn hier fette Eishockey Action ja Eishockey Tennis Fußball ich will sie jetzt nicht verunglimpfen aber die Games haben sich doch alle früher ziemlich gleich angefühlt ob das hier wirklich Tennis oder Eishockey ist ja ja vom Ballverhalten hat man vielleicht ein bisschen Unterschied gemerkt aber ansonsten haben sich diese Ballspiele meistens nicht ganz so stark unterschieden so nächstes Game was haben wir denn hier ein ganz ein toller Titel lest euch mal den Titel durch Leute ja da hat man sich ja richtig was einfallen lassen Bobby geht nach Hause und was ist so dein Lieblingsspiel Bobby geht nach Hause Bobby geht nach Hause Leute geht es noch ein bisschen langweiliger Bobby geht nach Hause stellt euch vor 2021 würde jemand ein Spiel rausbringen das heißt Bobby geht nach Hause das könnte doch niemand zocken der ganze Staub ist mir in die Nase gestiegen von den alten Games Entschuldigung wir machen weiter Spider-Man ja den gab es damals auch schon Spider-Man und hier auf der Rückseite ist sogar was eingestanzt hier man fasst es nicht dass die Module alle so unterschiedlich waren ist doch faszinierend sagen wir denn hier oben drauf stehen noch made in Hongkong naja das hat eine weite Reise hinter sich gehabt dieses Game und wir machen weiter mit Comics Asterix Asterix Galia na schaut das nicht cool aus richtig cooles Modul er darf nicht so das Cover mal gelungen da hat sich mal einer richtig Arbeit gemacht hier ein schönes Cover für dieses Spiel zu machen ja das kann man ja nicht von allen Atari Games sagen dass die ein schönes Cover haben und hier hinten wieder mal gar nichts drauf und hier sieht man wieder Asterix so damit man auch weiß was man zockt wenn es im Modul Schacht steckt also da hätte ich schon mal Bock das auszuprobieren falls ich mal irgendwas davon ausprobieren soll schreibt es mir gerne in die Kommentare das lässt sich glaube ich einrichten so was haben wir denn hier oh ich glaube es ist Horror es ist glaube ich Horror Hunted House ein Horror Game schaut euch mal das Cover an da kriege ich ja gleich Gänsehaut ich weiß ich übertreibe maßlos ja auch Hunted House wow ich habe keinen Plan warum es hier ging aber es sieht nach Horror aus machen weiter ah das war ja ein Klassiker den kenne sogar ich noch Leute ein Klassiker da Missile War richtig geiles Cover Leute schaut euch das mal an da bekommt man doch gleich Lust in den Krieg anzufangen ich mache nur Spaß ich habe absolut keinen Bock auf Krieg außer im Videospiel natürlich das Leute das als T-Shirt das wärs doch das Cover als T-Shirt ich glaube das brauche ich vielleicht ohne den Schriftzug sondern nur das Bild da bin ich mal überlegen ob ich mir das nicht bastel dann schaue ich vielleicht aus wie der ärgste Kriegsfreund naja vielleicht auch nicht die beste Idee aber das schaut auch richtig geil aus wir machen weiter mit einem Abenteuerspiel was ist denn das hier für ein tolles Game Cover sieht gar nicht mal so schlecht aus warum haben wir hier diese Lücke hier das verstehe ich nicht ganz dass diese Module alles so unterschiedlich produziert sind Wahnsinn finde ich fast total faszinierend gerade hatte ich gar nicht mehr so am Radar dass diese Module alle so unterschiedlich sind super cool ja man könnte ja glauben das ist von unterschiedlichen Konsolen weil die Module so verschieden sind warum macht man heute keine verschiedene Module mehr das ist ja ok heute macht man gar keine Module mehr ich weiß ich weiß aber so naja am NES gab es noch mal verschiedene Module zumindest verschiedene Farben am Nintendo 64 gab es noch verschiedene Module in verschiedenen Farben aber so von der Form her haben sich die eigentlich nie irgendwie was genommen und hier ein Klassiker Leute ein Klassiker Tennis yeah ist das nicht schön auch hier wie man sieht die Leute von Atari die Atari die haben sich ein bisschen mehr Arbeit mit den Covers gemacht schaut cool aus mein Tennis jetzt sieht sie wieder dieses Ballspiel Gameplay auf dem Atari da fühlt sich also zu sagen aus heutiger Sicht fühlen sich diese Ballspiele alle ziemlich ident an Action Force jawoll und auch hier wieder mal ein anderes Modul das Modul ist nämlich hier abgeflacht und hat hier Rippen ich bin fasziniert von den Modulen und auch hier auf der Rückseite steht sogar wieder was drauf hier ausnahmsweise sehr schön und auch hier ja das schaut nach Action Game aus würde ich mal sagen hat das wer von euch gezockt dann bitte gerne schreibt mir was dazu ich lese mir das alles durch und versuche auch immer alles zu beantworten so für Leute die die Formel 1 einfach zu heavy ist oder für Entwickler die sich die Lizenz nicht leisten können IndyCar Racing auch von Atari auch hier das wieder das Modul hier mit wunderschönen Cover und die klassische Modulform wo hinten nichts drauf steht Indy IndyCar 500 GameProgram GameProgram ein GameProgram kein Video spielt ein GameProgram was haben wir denn hier noch hier waren wir jetzt eine super nichtssagende Modul Version hier wieder naja also schwarz mit Schrift naja ich glaube da hätte man sich vielleicht doch ein bisschen was mehr einfallen lassen müssen auf der Rückseite steht nix hier steht auch interessanterweise auch nichts drauf ok warum ist das hier so aber steht drauf für Atari 2600 5p ok oh und da sind wohl mehrere Games drauf Target Shoot und ganz ruhiger ok gehen wir weiter zum nächsten sind noch zwei Spezialmodule da und noch ein paar andere Sachen ähm was haben wir hier use with Joystick verwendet deinen Joystick Junge wunderbar schaut euch mal an das Cover auch hier wieder richtig geiles Cover ah ich mag ja diese alten Covers so gerne auch da denke ich mir eh einscannen und auf dem T-Shirt drucken egal ob das Spiel gut war oder nicht aber schaut euch das nochmal an das ist auch richtig geiles Kunstwerk und hier haben auf der Rückseite wieder was stehen da ist da ist da ist nicht da hat ja mal jemand ein Pickel aufgeklebt irgend so ein Schurke auf was aufs Modul was drauf kleben geht ja gar nicht so noch so ein unscheinbares Modul so eine Spiele Sammlung ja was haben wir denn hier wunderbares tankpong 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 was ist denn tankpong ich kenne Pong aber tankpong ist mir jetzt neu und chatfighter und bib plane ja also da sind jede Menge Klassiker drauf und man hat sich gedacht ja da sind so viele Spiele drauf da brauchen wir kein hübsches Cover nein hübsche Cover sind was für luschen und da steht leider nichts mehr drauf da ist wohl der Kleber runtergegangen wie man sieht naja nicht ganz so hübsch aber jede Menge Games drauf so und das letzte reguläre Modul hier Airsea Battle also Kriegsspiele sind keine Erfindung der Neuzeit wir sehen Kriegsspiele waren auch schon damals hoch im Kurs ja Krieg wie ihr wisst gibt es ja schon etwas länger ja vielleicht sollte man keine Scherze mit Krieg machen vor allem zur aktuellen Zeit aber ein bisschen Spaß muss sein so ihr wisst ich bin kein Freund von Krieg außer im Videospiel und jetzt kommen wir zu etwas besonderem ich habe das Ding hier noch in der Original Verpackung ein Double Ender super Double Ender was war denn das ein Double Ender ja da kommt ein feites Modul das man auf verschiedene Weise in seinen Atari stecken konnte ja was steht denn hier drauf ähm kompatibel 2600 VCS Videospielkonsole ja Sir Lancelot Leute Sir Lancelot das klingt ja nach einem richtig schönen Adventure und was haben wir hier noch Robin Hood Sir Lancelot Robin Hood kann man hier spielen je nachdem ich nehme es mal auf der Verpackung raus vorsichtig wie mein das konnte man aufklappen ja sogar so konnte man das aufklappen schau euch das mal an wow ist das geil ganz vergessen dass man das aufklappen konnte und aha da ist sogar Werbung sie haben hier dass die Innenseite sogar für Werbung genutzt wie maximal innovativ bitte unfassbar und hier das Double Ender Modul ich nehme das jetzt mal vorsichtig aus der Verpackung für euch aus und da konnte man dann das hoch einstecken oder schwuppdiwupp so reinstecken ja voll die Innovation BÄM das sprengt euer Hirn warum hat man das nicht mit DS Modulen gemacht oder mit NS Modulen NS Modul einfach verkehrt reinstecken andere Spiel oder gab es das vielleicht eh nein ich glaube bei NS kenne ich das nicht wäre ja auch nicht nein wäre ja auch von der Größe nicht möglich gewesen ja die Covers hier ja schauen eigentlich ganz ganz nett aus auf allem zur Lanze los schaut euch an wie der da mit seinen fliegenden Pferd gegen einen Drachen kämpft cool 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 oh wir haben da noch eine Beschreibung drinnen ich fasse es ja gerade überhaupt nicht das ist ja echt in Top Zustand das Teil hier da ist noch eine Beschreibung drinnen sogar wow wow für beide Games einmal zweimal sehr lange zu laut ah das ist eine Beschreibung für ein anderes Spiel oder Spike Peak okay das ist eine Beschreibung für ein anderes Spiel das muss ich schauen wo das hin gehört und hier ist aber schon noch die Beschreibung für Robin Hood drinnen schau wir mal kurz rein mein Sofenzeit muss sein boah ich bin total begeistert gerade dass das dort drinnen ist wow mit Screenshots sogar schaut euch das an wow richtig cool wow ich glaube das muss ich vielleicht mal zocken Robin Hood mein da sieht man sogar Bäume und der geht rum ich glaube das muss ich mal zocken und das gibt es auf Englisch auf Niederländisch die Beschreibung gibt es sie auch auf Deutsch ja sogar auf Deutsch Videospiel Robin Hood was ist deine Aufgabe vielleicht schauen wir uns das mal in ein extra Video an wenn ihr auf sowas Bock habt mal extra nur das hier anzuschauen dann schreibt es mir unten in die Kommentare mache ich mal ein Video zu Adarit Double Ender wir lesen uns zusammen mal die Beschreibung durch so wenn ihr darauf Bock habt ich würde mir die Arbeit antun und hier mal das ganz genau unter die Lupe nehmen und vielleicht auch mal zocken gut ich räume das hier wieder ein und wir kommen zum letzten Game hier nämlich noch ein Double Ender yeah Double Ender sind cool muss man wissen und was haben wir denn hier Ghost Ghost Manor und Spikes Peak schaut ja nach cooler Software aus muss man schon sagen Ghost Manor irgendwie Geisterjagen oder so oder eher Vampire wegschnetzeln vielleicht die Covers Leute ich mag diesen Grafikstil von damals einfach so sehr das schaut einfach so cool aus und auch bei Spikes Männer schaut euch mal an wie das hier gezeichnet ist richtig geil der Bär im Hintergrund der wartet schon der will ihm glaube ich gleich auffressen auf der Rückseite gibt es hier sogar ausreichend Beschreibung über das Spiel sogar mit Screenshots Leute die haben es damals schon verstanden unglaublich so wird Software verkauft wir machen das wir haben hier sogar einen Preis wir haben hier sogar einen Preis Leute das ist ja interessant was ist denn das wahrscheinlich Schilling also ich nehme nicht an dass es Dollar sind deswegen nehme ich mal an es sind Schilling ich befinde mich hier in Österreich also könnte es Schilling sein 198 Schilling hat das Ding mal gekostet hier ist die Frage ist das der Preis vielleicht von einem Retro Händler oder ist das der Preis von damals gewesen es ist ein Strichcode drauf könnte man nachforschen wie lange gibt es denn schon Strichcodes gut machen wir das noch auf man kann das Ding ja öffnen schau mal rein da wow schaut cool aus was haben wir denn hier schauen wir mal hier wieder die Werbung für die anderen Kassetten ja das haben wir schon gesehen ah und diese Kassette fehlt mir offensichtlich die habe ich nicht es gibt anscheinend drei von diesen Double Ender Boxen zumindest sieht das auf diesen Hüllen so aus und hier wieder Werbung und hier das Modul drinnen und auch hier wieder die Beschreibung darunter ja das ist ja echt im Top-Tuschen ich glaube das ist vielleicht schon ein bisschen was wert ich weiß diese Atari-Dinge sind allgemein nicht so viel wert wie die NES und Nintendo Sachen oder auch Sega Sachen ein bisschen zu ungerecht finde ich weil eigentlich sind die ja älter aber irgendwie sammeln das weniger Leute das schaut ja ganz nice aus und auch hier ich sehe jetzt gerade auf der Rückseite steht sogar was drauf Double Ender mit dem Inhalt super cool ja ich glaube das es reizt mich aber aus irgendwelchen Gründen nicht so sehr wie Robin Hood ich glaube Robin Hood wäre ich mal zocken aber das hier naja könnte man auch mal ausprobieren super fein super fein und wir nähern uns dem Ende wir nähern uns dem Ende es ist noch etwas hier in der Box versteckt ganz unten mal schauen wie ich das hier raus bekomme wenn wir die Box hier zur Seite geben damit ich das hier präsentieren kann das schaut ja mal richtig oldschool aus das Teil oder hier noch wunderbar die Atari Aufschrift dann kann man hier zum Anschließen der Joysticks anschließen vom Strom und das Videokabel das ist das Kabel was da raus schaut das musste man nicht anschließen das ging gleich aus diesem Ding hier raus und das ist vor allem auch genau der den ich damals hatte den ich mir dann nachgekauft habe Video Computersystem einschalten Power gut die Batik die fühlen sich richtig aldern aber sie ich glaube sie funktionieren auch fühlt sich zumindest so an Schwierigkeitsgrad hier zum einstellen als Button total verrückt Spielauswahl auch hier als Button mit rauf und ah mit seiner analogen Taste ok und Game Reset auch mit so einer analogen Taste das fühlt sich alle schon sehr alt an man hat schon ein bisschen Angst dass das Ding instant auseinander fällt wenn man es hier aus dem Karton raus nimmt und ich deswegen werde ich jetzt das Ganze natürlich wieder schön brav in der Kiste verstauen und ein bisschen darüber nachdenken vielleicht ob ich und was ich davon verkaufe weil emotionale Verbindung habe ich dazu jetzt nicht so sehr da ich damals nicht selbst gezockt habe auf diesen Teilen deswegen kann ich das vielleicht mal abgeben keine Ahnung ob das Zeug noch wirklich viel wert ist aber ich denke mal so 100 Euro plus müssten da schon drinnen sein für diese wunderbare Atari Sammlung und für die Double Ender ich könnte mir vorstellen dass die vielleicht sogar in diesem wunderbaren 1a Zustand ein bisschen mehr wert ist so ja das war's das war's mit Atari und Atari Games das war meine große Atari Kiste ich hoffe ihr da draußen hattet Spaß mit mir es hat mir auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht die alten Dinge mal wieder durchzuschauen es gibt noch einiges an Kisten die ich hier durchzuschauen habe das war es jetzt aber im großen naja es kommt noch ein bisschen was von Atari ich muss mich korrigieren aber jede Menge Nintendo Zeug kommt noch es kommt noch was von Sony es kommt noch was von Sega jede Menge Retro Zeug und wenn ihr noch mehr sehen wollt dann könnt ihr da unten abonnieren oder auch mal auf dem Kanal vorbei schauen ihr könnt da unten ein Abo da lassen da versäumt ihr garantiert kein Video ich spiele auch relativ viel Zelda also wenn ihr auf das Bock habt mal einen Blick auf die alten Zelda spiele werfen wollt dann ist mein Kanal auch ein heißer Tipp für euch geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Video dass ich euch hier auf dem Bildschirm draufzauber draufklicken Spaß haben weiterschauen wir sehen uns gleich wieder wieder